Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, ich hoffe ihr seid schön aufgestanden, ich habe gerade geschlafen. Leute, ich glaube nicht, ich habe über 10 Stunden geschlafen, das heißt ich bin ja ungerhythmisch gegangen, so 7 Stunden habe ich geschlafen. 7 Stunden, das heißt ich bin von 10 Uhr, also ich bin mir nach Hause gekommen, ich bin mir so um 10 Uhr, das ist schon bald, ich bin dann 1 Uhr eingeschlafen, ich bin dann so 10 Uhr bin dann im Bett gegangen. Und so um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr bin ich dann so eingeschlafen. Jetzt bin ich mal, ich komme zum Schiff, ich bin jetzt so um halb 12, bin ich wach geworden. Ja, ich weiß nicht, ob die Uhr dünn ist, aber es ist auch voll egal, Leute. Ich gehe um dieses Video gar nicht wahr. Erst um euch zu lesen. Ganz möglich ist in meinem Zimmer für 3.023 Endgaben. Ja, jetzt würde ich heute in diesem Video sagen, wir euch ein paar Schöne zeigen, was alle Endgaben soll und warum, wer euch auch sagt. Jetzt würde ich euch sagen, labert miteinander rum und euch spart mit den Videos, die euch in dem Video rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier bin ich wieder. Wie gesagt habt, seht ihr hier alles, ja. Das heißt, ich möchte euch heute zeigen, was in meinem Zimmer für Länge ihr endgaben soll. So. Jetzt würde ich sagen, mit abend mit eurem Hohenzimmer lege ich direkt los. Ja, also ein Erdgeber geändert soll, ist die Iterne hier. Ja, das heißt, ich blieb ihr größer. Ja, weil hier hängt auch einmal. Das heißt, ich will mir nur einmal so teilholen, wenn man einfach die Iterne so reinhängen kann. Und so bitte einen für Gebass holen. Ja, Gebass soll auch da angewandt. Ja, egal, 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 ich hänge mich da auf. Ja, oder der Bass hänge ich dann einfach da auf. Ja, aber da ist halt ein Problem, weil drüben ist auch ein Fernseher. Da ist halt ein Problem, das sind einfach Frontkabel verlegt, deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil es ein bisschen schwierig ist. Ich würde sagen, wenn ich mich ja manchmal so teilholen kann, ich kann den Dinger hier weg tun und kann den Bass einfach da gewammen, oder halt hier hin, aber da wird ein bisschen schwierig, oder halt hier in der Mitte halt. Aber das bleibt, was ich ja auch ändern will, ist die Caps hier. Ich will mir manchmal so einen Darm holen, ja, so hier runter. Das will ich auch machen, ja, ich hol mir dann manchmal so weiße Flasker, so weiße Flasker. Dann bohren wir hier ein paar Löcher rein, das werden wir hier einfach so unten einfach aufmachen. Damit ich diese Caps auch hier überraten kann, ja. Wenn ihr jetzt genau mit dem, ich gehe so sagen, wie eine Bühne so sagen, ja. Wie, wie so, als wenn ich da oben die Tage spielen, ja. Genau so ist es, Leute, ja. In der Mitte ja auch eng. Ich will, dass die Handhüter so einen Schrank holen. Ja, ich will mit meinem ganzen Handhüter, wo wir hier, will ich mir eine Schrank holen, ja. Dann will ich mir meine Handhüter, die alle hier, und dann muss die hinten, ja, will ich mir so einen Besahlschrank holen. Damit ich in meinem Handhüter reingauen kann, ja. Weil, so oder so, fing ich in meinem anderen Nachhinein einfach so schön aus, ja. Es sieht aus, als wäre ich geistig in meinem Schrank holen. Genau so sieht es aus, ja. Jetzt werden wir ja auch engern. So, was wir ja auch engern wollen, das ist, hier bitte aufräumen, ja. Weil die ganzen Geos hier müssen weg, ja. Weil hier, bitte ein paar rein tun, die ganzen Autos hier gucken. Die ganzen Autos hier, und dann die Bille, die Flaschenartos hier bleibt. Die Bille und die Autos bleiben mal cool aus. Aber die Ente bleibt auch. Aber du willst da oben ein bisschen aufräumen, ja. Weil nicht ihr auch engern sollt. Ich muss meine Kassen kaufen, ja. Weil ich nicht, ja, gehe wieder auf Tour. Weil für die, ja, ist wahrscheinlich vorbei. Ich möchte mir nicht, ja, meine Kassen kaufen. So. Macht einmal die Handgebüte. Sollt ihr mich erraten, ja. Sollt ihr mich bitten, weil ich zwar eine Überraschung zeigen. Ich werde gerne den Karten, wo wir hingehen. Werde ich euch vielleicht mitnehmen, ja. Jetzt habe ich das für euch. Ein Bildschirm, das ich meine Shoppingkarte mache. So. Ich weiß nicht, ob es da gefilmt werden kann. Aber ich muss noch ein bisschen reduzieren. Aber man hat mir nicht direkt weiter. Weil nicht ihr auch engern sollt. Ich kann es hier ein bisschen aufräumen, ja. Weil das sieht scheiße aus. Da in der Mitte sieht scheiße aus. Und der Rest sieht scheiße aus. Ja. Genau so sieht es aus. Weil nicht ihr auch engern sollt, dass hier die Wamm entschließen werden sollt. Weil hier gelb und da soll auch gelb werden. Das heißt, wenn ihr genau wisst, will ich hier gelb lassen. Hier soll grün sein. Und hier soll roh sein. Roh, grün, gelb. Ja. Ja. Dann haben wir hier die ganze Treppe hier. Weil man sehr gerne, wenn die Wamm pumpen ist. Geht mal aus. Sehr gerne. In diesem Fall sieht ihr engern, dass die Wände hier, nochmal cool ist. Die Däumung, dass die geschütteln werden. Ja. Und jetzt soll ich wenigstens auch engern oder engern werden. Und wenn ich wenigstens auch engern soll, dass ich mir neue Etagen kaufen will. So. Das heißt, ich möchte mir neue Bats kaufen, neue Konzertetage, meine Augustenetage, meine Fänger, meine SG. In Gammu vielleicht. Und mir lebt Paul. Aber Leute. Tut mir leid, weil ihr eben die Tyre gehört habt. Weil wir eben so erschrocken, ja. Dass die Tyre ist praktisch. Deswegen hoffe ich mich, dass ihr die Kamera gehört habt. Tut mir sehr leid, Leute. Ich hoffe ihr seid mich. Aber mit mir geht es weiter. Was nicht, dass ihr auch engern soll. Dass ich meine Nachkriege will. Weil ich mag mit mir so Holz haben. Ich will dann ungefähr, so ungefähr. Bisschen ganz so. So wie hier. So sollte es sein. Und Blue im Schwarz. Genau, dieses Schwarz soll es sein. Da ich auf jeden Fall neue Nachkriege will. Und dann will ich mir meine Jacken holen. Das heißt, wenn ihr auch engern. Da ich mir meine Jacken holen. Geheiß. Moine Probe. Moine Winterjacke. Moine T-Shirt. Moine Jacken. Moine Jacken. Also auch egal. Und jetzt soll ich mir nicht, dass ihr auch engern werben. Was nicht ihr auch engern werben soll. Ich mag meine Caps. Ja. Ich will mir einen von Guti kaufen. Guti ist so lustig. Ich will mir meine Marken holen. Ich weiß. Immer wenn ihr habt, dass ihr es kauft. Ich weiß. Es ist plötzlich. Ich weiß. Nuller Koffer. Guti ist so. Auf jeden Fall. Felt mir. Gumm. Gumm. Ammergum. Lütze Marken. Felt mir. Wenn ihr richtig teure Marken holt. Ja. Ich sag euch allen Leute. Der ist sozusagen mein Traum. Ja. Mein Traum ist teure Marken tragen. Das heißt so. Hurletz. Guti. Luton. Ich sag mal. Offbike. Was gibt es. Machen. Ich habe es. Philipp Lein. Ja. So machen wir den Hohen. Aber ich werde mal ein Video machen. Ich werde euch genau aufklären. Warum ich mir eine Hohen will. Schreibe. Ihr könnt mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr die Sachen. Ganze Sachen. Halte. Ja. Wie ihr die Sachen. Finke. Dass die Wände entschieden werden. Umgebaut wird. Schreibt mal. Euer Meinung. Mal in die Kommentare. Ich würde mich selbst interessieren. Ich werde für jeden Kommentar. Ich werde euch eine Antwort geben. Ein Like. Um ein Herz. Ja. Okay. Leute. Ich will das Video langsam bleiben. Leute. Das war es für ein Video für euch. Wenn ihr eure Video gefallen habt. Gibt mir einen Like da. Seid mir einfach deutlich abonnieren. Und herzlich willkommen. Ich komm schon bei dem Mal. Ich komme um den Hohen Lamm. Habt gekostet ihr eine Geld. Ich gucke los. würde mich sehr freuen. Wie ich sage. Bâyée der Linken im Wibelschreib mit meinem Instagram-Zalat. Trichtig et eher auf geestes neue Bilder. Und Bâyée der Linken im Wibelschreib mit meinem Click-Zalat. Auf gehtes neue Videos. Um promozierte ganze Eurogelegenheiten. Und würde ich sagen, bitte nach mir. Euer Biba. Untertitelung des ZDF, 2020